hi gute wie hier ist wieder euer johnny und willkommen zu einem weiteren bg commentary wir sind wieder auf den zwinis gipfel und wenn das so läuft wie eben dann wäre mir das an sich ganz recht aber ich habe überhaupt kein problem gegen einen mit einem viel schweren kampf nur mit dem krampf habe ich ein problem also wenn wir jetzt hier verlieren sollten aber ein geiles game einfach hatten bin ich auch dafür haben halt knapp verloren ist auch in ordnung so der enhancer der mädels kommt rüber kommt er nimmt das geht jetzt soll ich jetzt hier alleine kämpfen tja da hast du zu früh hast dich zu früh gefreut über priest ich habe immer nicht nein das wird nichts so weiter jetzt ziehen sie uns hier ab das sollte so nicht sein so will man auch nicht verlieren ob man dich mal du wirst sterben ja da ist er da naja ich werde sterben so auf ein neues dann unsere kollegen da beziehungsweise gegner sind am zwergen muss man heilen hier so wie es aussieht haben uns aber ein bisschen gefangen also ein bisschen auch dann aufbauen genau ein troider du wirst sterben ne sito die aber alter schwede fand ich auch ich glaube ich tue dir ein bisschen mehr als du mir heißt dann jetzt erst mal weg hier danke jetzt muss ich mal entscheiden so da hinten ist die flagge fangen wir es mal ab würde ich sagen das ist echt heftig nice shadow nice na wird das gleich wieder kommen shadow rogues äh priest zappen das schlägst durch heftnet ooch ey das sowas fahre ich ab glaube ich es ja nice danke fürs aufhalten gut den shami werde ich in meinen händen wahrscheinlich alleine nicht umhauen können der hat den monk bei sich ne da kann ich nix wahrscheinlich nix tun caprice ist drin scheiße du musst einfach nur irgendwie rankommen einfach nur irgendwie rankommen nein du bleibst hier muss ich dich vorher töten das war natürlich sehr praktisch ja 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 nice ernsthaft ich hab mir gedacht du kannst jetzt doch ne das schaffen das war schon sehr naiv wie ich finde ich hätte mir den angst gespart äh priest ist hier das ist dann hinterher gleich töten wenn er hier mit rings steht kein risiko so ich dachte er geht durchs wasser auf die andere seite die war doch nicht so ich sehe ich bin weißt du gefälligst der shami in ruhe bei zwei eins dann Und Schiss. Freedom. Da können wir ja. Genau. So macht man das. 3, 2, 1. Komm schon. Jetzt müssen wir ewig bleiben warten. Wo ist er? Da ist er. Kann wer sie da? Mist. Er ist nach unten. Ja. Chris ist da. Was macht denn da unten? Ja. Was macht das? Ja. 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 Das war's jetzt. Brauche ich es mal machen. Dann probieren wir es halt nochmal. Ne. Wir gehen erstmal hier hin. Machen dich langsam. Wenn wir schon hier sind. Dann dürfen wir gerade mal. Ja. Bleib hier. Was soll denn das weglaufen immer? Looten. Thema erledigt. Das hat heftig wie der Cheryl geflagert. Na Piui. Ja, gerne. Bring's zum Platzen, bitte. Danke. Dann komm ich nicht raus. Und tschüss. Na, jetzt aber. Jetzt haben wir halt hier das Geplängel dazwischen. Ich glaube, wir haben eh den Nachteil, da hat der Druide überlebt der Länge, auch wenn es eine Eule ist, aber in der Bärgestalt. Das ist schon halt sehr tanky, ne? Merkst du halt dann schon. Ich loote mir jetzt. Jetzt versuchen wir mal irgendwie vorzukommen. Ach, die sind schon scheiße. Oh, der drückt dann doch ordentlich runter. FZDs müssten alle so langsam raus sein. Ja, der ist gerade gestorben. Nimm mich mehr. Ich drück der mich vielleicht ein bisschen mehr mit Wings. FZDs müsste oben sein. Ah, der müsste eigentlich da rechts hoch auf den Balkon. Und wenn ich nicht grüppen kann. Wenn es brenzlig wird. Da ist ein bisschen Position. Was dann? Nein, das gibt's nicht. Gerade in dem Moment. Ach, leg mich doch am Ende. Ach, das ist doch jetzt Kacke. Das ist doch jetzt Kacke. Oh, äh. Hm. Jetzt haben wir Wasser. Gleich mal abfangen. Ja, da ist schon ein Wasser unten. Follow, follow, follow. Oh, nein. Oh, Kacke. Keine Chance. Wie gesagt, das ist noch nicht verloren. Wir müssen die Flagge durchspringen. Den Warrior killen. Und dann ist das... Dann haben wir den Ausgleich. Dann haben wir gewonnen. Aber dazu müssen wir ihn a. killen. Und b. Muss unsere Flagge durchkommen. Die Flagge ist gleich hinten. Jetzt muss er nur sterben. Und daran wird's wahrscheinlich scheitern. Alter Schwede. Wie schnell das auch immer geht. Nee, ging nicht mehr. Ob sie es packen? Ja. Haha. Nice. Ah, wie geil. Wie geil. So läuft das, Leute. So läuft das. Nur nicht aufhören. Nur nicht aufhören. Ja. Alter Schwede. Das war schön. Och, sechsmal verreckt. Scheiß egal. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. So, das war's dann wieder für heute. Ich sag wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lasst mir doch einen Kommentar da. Einen Daumen nach oben. Und wenn du es nicht längst hast, ein Abonnement. Und würde mich natürlich freuen, wenn wir uns im nächsten Video oder im Stream wiedersehen. In diesem Sinne. Tschüss. Tschüss.